herzlich willkommen zurück zu programmierparadigmen wir sind hier in teil 4 von 6 im modul typ systeme und in diesem vierten teil geht es um die frage wann typen denn überhaupt äquivalent sind diese frage ist wichtig um festzustellen ob ein programm überhaupt typ korrekt ist denn um das zu wissen müssen wir erst mal herausfinden ob zwei typen die vielleicht nicht gleich heißen oder vielleicht auch ein bisschen anders aufgebaut sind tatsächlich äquivalent sind also diese frage der typ äquivalenz ist wie gesagt wichtig um festzustellen ob ein programm typ korrekt ist und es gibt im prinzip zwei arten und weisen wie das üblicherweise gemacht wird die wir uns hier auch weiter ein bisschen genauer anschauen werden das eine ist die strukturelle äquivalenz wo wir sagen dass zwei typen dieselbe wenn zwei typen dieselbe struktur haben sie dann auch äquivalent sind das heißt wir schauen nicht an wie diese typen eigentlich heißen sondern schauen uns tatsächlich an was ist in dem typ drin welche felder haben die zum beispiel und wenn das gleich ist dann ist es auch derselbe typ die andere art die frage ob zwei typen äquivalent sind zu beantworten ist indem wir uns die namen der typen anschauen wo wir ganz einfach sagen wenn zwei typen denselben namen haben dann ist das auch derselbe typ und ansonsten aber eben nicht also selbst wenn die struktur vielleicht gleich ist das ganze aber anders heißt dann ist es eben nicht derselbe beziehungsweise kein äquivalenter typ so schauen wir uns diese beiden arten und weisen äquivalenz zu definieren mal ein bisschen genauer an und fangen mit der strukturellen äquivalenz an also wie gesagt ist hier die idee dass zwei typen verglichen werden indem wir die struktur vergleichen vergleichen und genau genommen wird das ganze rekursiv gemacht das heißt wir fangen von der wurzel dieser typstruktur an und gehen dann rekursiv immer tiefer und schauen ob das tatsächlich gleich ist und wenn ja dann sagen wir dass die typen strukturell äquivalent sind also zum beispiel würden wir sagen dass jede klasse die diese drei eigenschaften hier erfüllt strukturell äquivalent zu zueinander sind das heißt und diese drei eigenschaften sind dass es ein integer fällt gibt was zum beispiel h heißt dass es ein boolean feld gibt was zum beispiel is registered heißt und dass diese klasse eine methode anbietet die print record heißt und wir würden jede klasse egal wie die klasse jetzt heißt die diese drei eigenschaften erfüllt dann als strukturell äquivalent mit anderen klassen betrachten die eben auch diese eigenschaften haben in programmiersprachen die diese art von strukturelle äquivalenz verwenden gibt es dann natürlich wieder gewisse variationen und zwei dimensionen wo sprachen voneinander abweichen sind die folgenden also zum einen ist da die frage ob die namen und inwiefern die namen denn eine rolle spielen wenn ich jetzt zum beispiel zwei klassen habt die genau dieselbe repräsentation im speicher haben wo aber zum beispiel die felder die die ja in innerhalb dieser klasse existieren verschiedene namen haben ist die frage ob das dann immer noch strukturelle äquivalenz bedeutet man kann sagen ja man kann sagen nein hängt ganz einfach von der sprache ab und verschiedene sprachen geben da verschiedene antworten eine andere frage wo die antwort von der sprache abhängt ist ob die reihenfolge der felder oder die reihenfolge der dinge die in diesem typ repräsentiert sind eine rolle spielt zum beispiel ist das wichtig wenn es um die reihenfolge von von feldern geht und das spielt insbesondere dann eine rolle wenn man den wert des einen typs ohne verluste von informationen in einen wert des anderen typens überführen könnte wenn man einfach die reihenfolge der felder verändert und in manchen sprachen ist das okay und diese typen gelten dann als äquivalent in anderen sprachen ist das dann aber auch nicht der fall schauen wir uns das ganze mal mit hilfe von ein paar beispielen genauer an und zwar verwende ich in diesen beispielen ja eine pascal artige syntax um typen aufzuschreiben ganz einfach weil die syntax relativ kompakt ist und auch um so ein bisschen ja die vielfalt von programmiersprachen zu zeigen und was ich mit dieser syntax jetzt mache ist einfach mal verschiedene typen und deren struktur aufzuschreiben also ein typ den wir hier definieren ist ein record in dem es mehrere felder gibt nämlich zum einen ein feld namens a vom typ integer und dann ein feld vom typ real namens b und das war es dann auch und dann habe ich noch zwei andere typen nämlich einen anderen record in dem ich ein ein feld namens c habe was auch vom typ integer ist und ein feld namens d was wiederum vom typ real ist und der dritte typ sieht so ein bisschen ähnlich aus aber irgendwie auch wieder ganz anders denn hier habe ich zuerst ein feld namens b vom typ real und dann ein feld namens a vom typ integer und die frage ist jetzt inwiefern sind diese typen äquivalent wenn wir strukturelle äquivalenz anschauen und das hängt nun eben genau von der sprache ab also in sprachen wo sowohl die reihenfolge als auch die namen übereinstimmen müssen wären all diese typen nicht miteinander kompatibel in sprachen wo die reihenfolge stimmen muss aber die namen der felder sind egal während typ 1 und typ 2 miteinander kompatibel und wenn die reihenfolge dann auch egal ist dann wären sogar alle drei typen miteinander kompatibel weil schlussendlich ja alle drei typen ein integer und ein realfeld haben und man könnte jedes objekt oder jedes jeden wert vom typ t3 ohne probleme in ein wert vom typ t2 oder t1 umwandeln indem man einfach die beiden felder vertauscht und dann hätte man ja ein objekt was kompatibel mit diesen anderen typen wäre noch ein bisschen interessanter wird es wenn ich in diesen records auch noch pointer auf andere typen habe und um das zu zeigen schauen wir einfach mal noch drei beispiele an und zwar ein typ nennen wir eben mal t der auch wieder ein record ist indem ich zum einen ein feld namens info habe was eine integer speichert und zum anderen ein feld namens next was ein pointer also dieses kleine carrot hier dieses hütchen zeigt einfach nur an dass es ein pointer ist auf denselben typen t wieder hat also das könnte zum beispiel für die implementierung einer verlinkten liste verwendet werden das ist jetzt der eine typ der quasi sagt okay ich habe ein integer und ein pointer auf andere objekte meines selben types und jetzt sagen wir mal wir haben noch zwei weitere typen nämlich einen der auch wieder ein integer feld hat namens namens info und dann aber sagt es gibt da ein pointer auf einen anderen typen nämlich ein typ v und dieser typ v ist dann hier unten definiert und was wir hier haben ist auch wieder dieses info feld und die information dass es dann noch ein feld gibt das aber jetzt ein pointer auf einen wert vom typ u enthält das heißt diese beiden typen hier unten referenzieren sie sozusagen gegenseitig und sagen ich habe einen pointer in meinem next feld und dieser pointer geht auf ein anderes objekt und zwar jeweils von dem anderen typen und die frage ist jetzt sind objekte oder ist ist der typ t strukturell äquivalent zu den typen u und v und die beantwortung dieser frage ist relativ kompliziert weil eben u und v ja zwei verschiedene typen sind die sie so gegenseitig referenzieren und je nachdem wie die sprache definiert ist könnte man das jetzt hier mit ja oder eben auch mit nein beantworten so jetzt wissen sie ein bisschen was strukturelle äquivalenz eigentlich ist jetzt schauen wir uns mal an ob das vielleicht auch gewisse probleme mit sich führt so wie jede idee gibt es dann natürlich vor und nachteile und der größte nachteil bei typsystemen die strukturelle äquivalenz verwenden ist dass wir nicht unbedingt zwischen verschiedenen konzepten unterscheiden können wenn diese konzepte auf die gleiche art und weise im speicher repräsentiert werden also hier unten ist mal ein beispiel wo wir zwei typen definieren wieder mit dieser paskal artigen syntax nämlich einmal diesen typ student der drei felder hat nämlich einen namen und eine adresse vom typ string und ein feld namens age vom typ integer und dann sehen wir hier auf der anderen seite noch einen typen der school heißt und dieselben felder vom selben typ und mit denselben namen hat also auch wieder den namen die adresse und das alter weil das sind ja alles eigenschaften die auch eine eine schule oder eine uni haben könnte aber eben doch eigentlich ein anderes konzept repräsentiert nämlich eben eine schule oder uni und keinen studenten wenn ich jetzt aber eine sprache habe in der typäquivalenz basierend auf der struktur der typen definiert ist dann kann ich diese typen miteinander vermischen das heißt ich kann zum beispiel so etwas aufschreiben wie hier wo ich sage es gibt da eine variable vom typ x die soll einen studenten repräsentieren und eine variable vom sorry eine variable namens y die eine schule oder uni repräsentieren soll und ich kann jetzt aber weil diese beiden typen ja miteinander ja zueinander äquivalent sind diese schule in diesen studenten schreiben das heißt ich kann diese typen einfach miteinander vermischen und das ist in der regel nicht das was man hier möchte denn obwohl die beiden konzepte im speicher gleich repräsentiert sind sind sie ja eigentlich verschiedene sachen und sollten eben nicht miteinander vermischt werden eben weil strukturelle äquivalenz diese probleme hat die wir da gerade an dem beispiel gesehen haben gibt es diese andere art äquivalenz von typen zu definieren nämlich mittels der namen die idee hier ist dass wenn zwei typen verschiedene namen haben sie dann einfach verschieden sind und die annahme ist wenn der programmierer diese typen verschieden nennt na ja dann will der ja auch dass das verschiedene sachen sind und dann sind das eben nicht dieselben typen und dieses konzept der name äquivalenz ist das was in den meisten modernen sprachen oder zumindest in vielen modernen sprachen verwendet wird zum beispiel in java wo der name einer klasse eben festlegt okay das ist der eine typ und wenn da eine andere klasse ist die vielleicht genau dieselbe struktur hat und genau dieselben felder vielleicht sogar mit denselben namen und in derselben reihenfolge hat dann ist das trotzdem eine andere klasse die einen anderen namen hat und von daher ein anderer typ wie mit jeder idee die es irgendwo in programmiersprachen gibt ist die natürlich auch nicht perfekt sondern auch diese namensbasierte äquivalenz hat gewisse schwachstellen oder gewisse problematiken und eine davon kommt zu tage wenn man sich alias types anschaut also sozusagen die möglichkeit einem typ noch einen zweiten namen zu geben einen alias um einfach mit verschiedenen namen auf denselben verweisen zu können hier unten sind mal zwei beispiele wo man einmal eben genau möchte dass diese typen äquivalent sind und einmal das wahrscheinlich nicht möchte in dem ersten beispiel sagen wir dass es einen typ namens stack element gibt der einfach ein integer ist also wir legen fest für unseren stack sind die elemente integer und aus welchem grund auch immer geben wir diesen integer noch einen bestimmten namen und nennen das einfach stack element wenn wir jetzt aber zum beispiel dann so ein stack haben und jemand da ein integer drin speichern möchte dann sollte das eigentlich funktionieren das heißt wir wollen eigentlich das deck element und integer äquivalent sind im zweiten beispiel ist das eben nicht der fall was wir hier machen ist wir erstellen zwei typ alias namens celsius und fahrenheit die beide auf den typen real verweisen das heißt beide werden durch real numbers repräsentiert stellen aber eigentlich verschiedene konzepte dar also eine temperatur in celsius ausgedrückt ist eben nicht dasselbe wie eine temperatur in fahrenheit ausgedrückt und wir wollen eigentlich keine berechnung sehen die diese beiden typen miteinander vermischen das heißt wir wollen nicht dass celsius und fahlenheit als äquivalent betrachtet werden wenn wir jetzt aber beide auf real abbilden und den selben ansatz wie hier oben wählen würden dann würden wir dann doch sagen dass die beiden miteinander äquivalent sind und die frage ist jetzt wie sollte das in so einer sprache am besten geklärt sein die antwort ist dass es zwei verschiedene arten gibt diese name equivalents zu definieren nämlich strict name equivalents und loose name equivalents in strict name equivalents ist jeder alias jeder typ alias den ich erstelle ein neuer typ der anders ist als die existierenden typen das heißt wenn ich so etwas hinschreibe wie type a equal b dann ist das eine definition die einen neuen typ namens a definiert und der ist dann eben nicht äquivalent zu dem alten typen b in loose name equivalents ist das ganze anders denn hier erstellen typ alias äquivalente typen das heißt wenn ich so etwas hinschreibe wie type a equals b dann ist das nur eine deklaration ich definiere keinen neuen typen sondern deklariere einfach nur dass der typ a ein typ ist der äquivalent ist mit dem typ b und je nachdem wie die sprache name equivalents jetzt implementiert ist das manchmal vielleicht das was man möchte und manchmal nicht das was man möchte weil wie wir gerade auf der vorigen folie gesehen haben gibt es eben beispiele wo man eigentlich strict name equivalents möchte und andere beispiele wo man eigentlich loose name equivalents haben möchte wichtig ist hier wie immer in programmiersprachen man muss wissen was die sprache die man aktuell verwendet tatsächlich implementiert so dass man dann keine überraschung hat wenn man zum beispiel solche typ alias verwendet eine interessante frage die relativ verwandt mit der frage der typ äquivalenz ist inwiefern man in der sprache typen von werte von einem typ in werte des anderen typs konvertieren kann wenn der programmierer explizit sagt dass so eine konvertierung stattfinden soll also in der regel mit hilfe eines casts dann spricht man von typ konvertierung das ähnliche konzept wo der programmierer aber nicht explizit angibt dass die typ der typ konvertiert werden soll nennt sich type coercion und das ist das was wir ganz am anfang des moduls am javascript beispiel gesehen haben wo implizit typ konvertierung stattfinden aber hier geht es jetzt um explizite konvertierung also wo der programmierer explizit diese konvertierung vornimmt da gibt es im prinzip drei grobe fälle zu unterscheiden die wir gleich auch noch mit beispielen anschauen werden der erste fall ist der wo die typen strukturell äquivalent sind das heißt die typen bedeuten das gleiche und sind auch gleich im speicher repräsentiert und in dem fall ist die konvertierung eigentlich nur konzeptionell das heißt wenn ich den wert vom einen typ in den anderen typ konvertiere passiert da eigentlich zur laufzeit gar nichts und da wird kein spezieller code vom compiler dafür generiert der zweite fall ist der wo wir typen haben die verschiedene arten von werte darstellen die aber zufällig im speicher gleich repräsentiert sind und was hier passieren muss ist dass wenn diese konvertierung stattfindet überprüft wird ob der wert vom einen typ tatsächlich einfach als ein wert von dem anderen typ angesehen werden kann was manchmal vielleicht der fall ist aber manchmal eben auch nicht also hier ist quasi eine überprüfung notwendig der dritte fall ist dass die beiden typen eine andere repräsentation im speicher haben und hier muss man um diese konvertierung durchführen zu können dann instruktionen ausführen die tatsächlich den speicher entsprechend modifizieren und vielleicht die reihenfolge von feldern ändern oder vielleicht auch in irgendeiner anderen form die repräsentation des wertes so anpassen dass er anschließend als wert des zieltyps betrachtet werden kann schauen wir uns mal ein paar beispiele dazu an und zwar sind die beispiele zur abwechslung mal in a da und zwar haben wir für das beispiel vier variablen deren typ wir deklarieren also wir haben die variable n und sagen n ist ein integer wir haben diese variable r und sagen das ist ein so genannter long float also eine art floating point typ dann haben wir eine variable namens t und sagen die ist vom typ test score und wir haben irgendwo anders definiert das test score ein integer ist und zwar ein integer zwischen 0 und 100 dieses minus minus hier vorne ist einfach nur die adernotation für kommentare und dann haben wir noch eine variable namens c die den typ celsius temp hat also eine temperatur die in celsius ausgedrückt ist und das ist irgendwo definiert als ein typ alias für integer so mit hilfe dieser vier variablen können wir jetzt eine ganze reihe von typ konvertierung mal anschauen und jeweils überlegen was denn da zur laufzeit passieren muss um diese konvertierung tatsächlich umzusetzen jetzt fangen wir mal an mit dem beispiel wo wir den wert aus n nehmen n ist ja ein integer und den explizit umwandeln also konvertieren in eine test score und das ganze dann nach t schreiben und dieses konvertieren oder dieser cast passiert hier in a da in der form dass wir so eine art funktionsaufruf machen und der im prinzip sagt nimmt den wert n wandel den um in test score und schreibt das ganze dann nach t wenn wir das ganze hier machen muss zur laufzeit eine überprüfung vorgenommen werden die schaut ob dieser integer wert tatsächlich in dem range 0 bis 100 liegt in dem test scores ja drin sein müssen das heißt hier findet zur laufzeit ein semantischer check eine semantische überprüfung statt um eben zu schauen ob der wert auch wirklich in dem range ist in dem test scores drin sein sollen ein anderes beispiel ist dass wir das ganze jetzt rückgängig machen das heißt wir nehmen jetzt unseren wert der in t steht und wollen den wieder nach n schreiben und um das machen zu können müssen wir den typ explizit konvertieren ansonsten würden wir einfach nur vom compiler hören dass t und n verschiedene typen haben aber wenn wir das so machen dass wir den wert in t nehmen den nach integer wieder umwandeln dann ist das erstmal typ korrekt und jetzt die frage was passiert zur laufzeit und hier muss nichts gemacht werden und zwar aus dem einfachen grund dass dadurch dass test score ja als integer in einem bestimmten range definiert ist und aber integer natürlich alle möglichen integer werte haben können ist jeder jede test score automatisch ein integer und da gibt es keine überprüfung nötig sondern das kann einfach konvertiert werden schauen wir mal einen dritten fall an und zwar nehmen wir jetzt unseren integer wert der ein n ist und schreiben den jetzt nach r indem wir ihn umwandeln in so einen long float und was hier passiert ist dass wir quasi einen integer wert nehmen und den aber konvertieren in ein floating point wert und hier ist eine runtime conversion von nöten also hier wird zur laufzeit der typ tatsächlich umgewandelt ganz einfach weil integers und floating point zahlen im speicher ganz anders repräsentiert werden das heißt hier wird tatsächlich event tatsächlich die bits die im speicher sind angepasst so dass semantisch zwar noch der selbe die selbe zahl drin steckt das ganze aber im speicher ganz anders repräsentiert wird wenn ich das ganze jetzt wieder rückgängig mache also wenn ich unseren wert der jetzt in r steht nehme und den anschließend wieder in unsere integer variable n schreiben will dann kann ich das so machen und was jetzt hier passiert ist das a auch wieder eine umwandlung nötig ist und wir b außerdem aber auch noch eine überprüfung brauchen die schaut ob der floating point wert überhaupt verlustfrei in ein integer umgewandelt werden kann weil wenn der floating point wert zum beispiel 2,5 ist kann ich den ja nicht verlustfrei in ein integer umwandeln weil ich dann ja etwas abschneiden oder runden müsste dann schauen wir noch mal beispiele an die c und n miteinander verknüpfen und zwar einmal das beispiel dass wir einen wert der in c gespeichert ist nehmen und den aber in ein integer umwandeln um ihn dann nach n zu schreiben und weil c in unserem fall oder beziehungsweise weil celsius temp einfach nur ein typ alias für integer ist wäre das eine rein konzeptionelle geschichte das heißt das muss man zwar hinschreiben um das programm statisch typ korrekt zu machen aber zur laufzeit würde hier gar nichts passieren sondern der wert bleibt einfach wie er ist im speicher und genauso wenn wir das ganze andersrum machen also wenn wir unseren wert in n nehmen und in einer celsius temperatur umwandeln das ganze dann in c rein speichern hier oben wollte ich übrigens c schreiben dann ist auch das wieder rein konzeptionell weil diese beiden typen ja alias sind und zumindest in ada damit komplett kompatibel sind oder beziehungsweise komplett äquivalent sind ja und damit sind wir auch schon am ende von teil 4 von 6 hier im modul typ systeme sie wissen jetzt also ein bisschen mehr darüber was typen denn eigentlich äquivalent macht beziehungsweise wie typ äquivalenz in sprachen definiert sein kann und sie haben gesehen dass das in verschiedenen sprachen ganz verschieden gemacht werden kann und sie haben auch gesehen wie sich das auf die konvertierung von werten von einem typ in einen anderen typ auswirkt damit vielen dank fürs zuhören und bis zum nächsten mal